Hallo Oliver und Willkommen im Sein-Netzwerk. Es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr euch dieses Video anseht. Ich möchte unseren Partner Oliver Holbeck vorstellen. Oliver, du bist schon eine Weile bei uns und speziell heute führen wir dieses Interview durch, weil du etwas ganz Besonderes anbieten möchtest. Und ich bin schon ganz gespannt und denke auch unsere Mitglieder und Partner, weil du hast gesagt, es ist auch für alle, die praktisch jetzt dieses Video sehen. Und was bietest du uns denn da an? Ja, hallo ihr Lieben. Ich biete ein dreitägiges kostenfreies Positionierungstraining an. Und zwar am 6.7. geht es los um 11 Uhr, drei Tage jeweils hintereinander, 90 Minuten. Und da geht es wirklich in die Umsetzung rein. Und vor allen Dingen geht es darum, deine ganzen Glaubenssätze, die du darüber hast, aufzulösen. Weil die meisten Experten da draußen wollen dir irgendwas erzählen, was eventuell gar nicht zu dir passt. Zum Beispiel eine spitze Positionierung. Ich kenne so viele Menschen, für die geht es überhaupt nicht. Okay. Ja. Die können damit nichts anfangen. Und es geht darum, sich selbst authentisch nach außen zu zeigen. Und ich selbst bin ja auch ITler, ich bin Positionierungscoach und ich bin Künstler. Also ich habe auch drei Einnahmequellen sozusagen, ja. Und ich habe eine Zeitweise auf diese Berater auch gehört und habe den Künstler ausgeklammert. Ja, was ich auf alle Fälle bedauere, dann haben wir ja gestern kurz drüber gesprochen. Ich finde deine Kunst beachtlich. Also wer da mehr darüber wissen will, ich verlinke dann auch mal eine Seite halt von dir als Künstler. Oliver, hast du eine? Ja, genau. Bring mal die Seite hier auch und guck dir schon mal alleine das an, was Oliver da auf dem Kasten hat. Ja. Und dann ist er auch noch ein sehr guter ITler und Positionierungscoach, habe ich dich ja auch schon mal erleben dürfen. Wir haben ja auch vor längerer Zeit schon in dem Thema meiner Positionierung gearbeitet. Da bin ich dir auch sehr dankbar für, weil das hat wunderbare Ergebnisse gegeben. Und jetzt bietest du diesen dreitägigen Workshop an, also 90 Minuten am Tag. Das sind ja insgesamt 270 Minuten. Ja, also das ist Respekt. Also viereinhalb Stunden kostenlos. Und die Frage ist natürlich, wenn die Leute sagen, ja, okay, kostenlos halt, ist es denn was wert halt und muss sich danach was kaufen? Und warum machst du das, Oliver? Also damit das mal rüberkommt. Weil ich weiß, du bist ein Herzensmensch. Da gibt es ja in der Menschheit auch gerne was rüber. Aber das müssen ja jetzt auch die Zuschauer nochmal verstehen. Ja, die sagen halt, ja, mach dir das, um sich da ein bisschen auszuüben oder ein bisschen zu üben. Nee, kann ich jetzt schon mal sagen, Oliver ist Experte und trotzdem macht er es. Und Oliver, erzähl mal deine Motivation dahinter. Ja, ich möchte ja ganz vielen Menschen helfen und noch mehr Menschen erreichen. Und ich habe auch gemerkt, nicht jeder kann sich das leisten. Deswegen jetzt ein ganzes Positionierungscoaching zu machen. Deswegen biete ich jetzt auch mal drei Tage an, um natürlich auch reinzuschnuppern. Was kann der Oliver? Das natürlich auch. Ja, das ist ganz klar. Und ich werde auch ein Angebot machen, sicher. Ja, wer dann Lust hat, mit mir zusammenzuarbeiten, ist auch klar. Aber ich will wirklich mit euch in die Umsetzung gehen und vor allen Dingen auch an den Glaubenssätzen arbeiten, weil was ihr über den Markt glaubt, über Marketing, über Positionierung, das blockiert euch vielleicht. Und das möchte ich mit euch auflösen. Super. Und dann solche Dinge wie zum Beispiel, was sind die idealen Wunschkunden, dass wir dann nochmal auch in die, wirklich in die Umsetzung reingehen, ins Bearbeiten. Das ist eine Zeitinvestition für dich, wo du wirklich gleich einen Sprung nach vorne machen wirst, in den drei Tagen. Das möchte ich machen. Also ich gebe ganz viel da rein, ganz viel Herzblut und ja, ich freue mich auf jeden, der dabei ist. Also ich kann das unterschreiben, Oliver, Herzblut kann ich unterschreiben. Wir haben uns ja beide auch schon mal länger unterhalten halt über das, was sich hier motiviert, hier auf Erden. Und es geht nicht nur darum, halt, dass du rein karrieretechnisch unterwegs bist, sondern tatsächlich auch im Sinne der Menschheit handeln möchtest, du möchtest auch was wiedergeben. Dich haben auch viele Menschen gestürzt im Leben und begleitet. Und das ist einfach wunderbar. Das mache ich ja auch. Ich gebe dir auch einige Sachen so raus mit voller Leidenschaft und Freude und werde da auch niemals müde. Und ich werde mir das auch immer wieder nehmen, diese Freiheiten, dass ich einfach immer was zurückgebe. Und genauso, hast du ja auch recht, das ist ganz wichtig halt, gibt es auch Angebote, wer denn intensiver mit mir arbeiten will oder auch mit dir, dann gibt es ein entsprechendes Angebot. Aber ich darf euch verraten, wer mit Oliver arbeitet, wird am Ende auch wirklich wunderbare Ergebnisse haben. Und schon allein nach den viereinhalb Tagen werdet ihr es ja merken. Also wer jetzt hier ein Thema Positionierung und Marketing halt hier noch Unterstützung braucht und noch nicht sich sicher ist halt, wie geht er den Marktangang an, was blockiert ihn, was behindert ihn, dann investiert doch diese drei Tage, es sind ja nicht mal drei Tage, aber diese viereinhalb Stunden an drei Terminen, jeweils 90 Minuten und probiert es aus. Ihr werdet sehen halt, ihr werdet ja nicht nur mit Oliver sprechen, ihr werdet ja auch mit Gleichgesinnten sprechen können, die ähnliche Herausforderungen haben wir hier. Ihr könnt euch untereinander vernetzen, das was wir ja auch im Seiden-Netzwerk so propagieren. Unterstützt euch doch gegenseitig und tragt euch doch ans Ziel. Aber der Weg ist halt das Spannende. Ja, ich begleite das auch über die Facebook-Gruppe. Genau. Und das Motto möchte ich noch erwähnen, unter dem das Ganze steht nämlich, lass dein Licht nach außen leuchten. Ja, das ist so schön. Lass dein Licht nach außen leuchten. Das ist ganz wichtig. Wir tragen alle ein inneres Licht. Bei manchen glimmt es noch halt, weil manchen leuchtet es schon stark halt. Und Oliver, du würdest da halt das Leuchten halt noch stärker machen. Also bis zum Leuchtturm, ja. Also auch mit der Stärke des Leuchtturms finde ich sehr gut. Also schön, dass du im Netzwerk dabei bist. Du bist auch jemand, der bei allen Terminen dabei ist, die wir haben, außer du hast Urlaub. Aber ansonsten erlebe ich dich auch in den Commitment-Calls, in den Community-Calls, in den Zwischenterminen, die wir haben. Also ganz, ganz toll. Sehr schön und du bist sehr wertvoll. Und vor allen Dingen, was mich sehr freut, ist auch, dich als Künstler erleben zu dürfen und kennenlernen zu dürfen. Weil das hast du natürlich durch diese, und Leute, hört mal zu, durch die, ja, Fehler hat nicht passende Beratung. Der sagt halt, ja, du musst spitz in den Markt gehen, ja. Und Oliver, darf ich ja auch sagen, aus homologischer Sicht, ist halt einfach mal ein Multitalent. Ja, er ist multitaskendfähig, ist ein Multitalent. Er ist vielseitig begabt. Und warum soll man denn halt, wenn man das kann und wenn es einem leicht fällt, auf den anderen begabt, soll man die dann alle ausschalten und sich nur auf ein Thema fokussieren? Und das ist, das Problem dabei ist ja, man sagt ja immer, der Fokus stärkt es ja auch. Aber wenn dann die anderen beiden Themen ihnen eigentlich vorher Energie gegeben haben, zusätzliche, und die auf einmal abgeschnitten sind, dann kann ja da vorne nur so viel Fokus geben, dann verliert er trotzdem Energie auf der Strecke. Das darf euch bewusst werden, das möchte Oliver euch zeigen halt. Es gibt einige Multitalente, auch im Seinen-Netzwerk weiß ich das auch, und auch in dem Mitgliederbereich, wie in den Partnerbereichen. Und sehr schön, dass du das anbietest. Ich werde die Themen unten entsprechend verlinken. Wir werden es auch auf die Terminseite im Seinen-Netzwerk stellen. Und wenn ihr euch jetzt entscheiden wolltet, dann meldet euch an. Wie kann man sich bei dir anmelden, Oliver? Ja, es gibt dazu also auf meiner Webseite einen besonderen Link, eine besondere Anmeldeseite, die wir dann verlinken unter dem Interview. Okay. Also ist da irgendwie eine Limitierung? Oder sagst du halt, du bist offen? Und wie viele Teilnehmer würdest du jetzt... Ja, ich habe es jetzt erst mal auf elf Leute begrenzt. Ich will mit jedem ein bisschen Kontakt geben können, ja. Also ihr habt es gehört. Und das ist ernst gemeint. Es geht darum, dass Oliver wirklich auch mit jedem in Interaktion gehen kann. Und da ist natürlich die Teilnehmerzahl begrenzt, weil sonst funktioniert es einfach auch nicht. Also elf Teilnehmer. Also wer euch das jetzt angesprochen hat, dann solltet ihr zusehen, dass ihr unten den Link, den ich dann gleich einstellen werde, anklickt und euch anmeldet, weil die Plätze sind dann halt bei elf vorbei. Und ansonsten, Oliver, vielleicht bietest du es später nochmal an, für die, wenn da noch mehr Anfragen kommen. Dann musst du sicherlich noch einen zweiten Workshop mal in der Art machen. Aber nutzt jetzt die Chance, ich sage euch aus meiner Erfahrung immer, ich habe immer bei meiner beruflichen Tätigkeit, wo ich Angestellter war, habe ich immer den ersten Termin genommen. Wenn es irgendwie um ein Seminar ging, wenn es irgendwie um einen Kundentermin ging, wenn ihr mir was vorschlagen habt, ihr habt immer den ersten genommen. Ihr wisst nämlich immer nicht, was beim zweiten ist. Ja, beim zweiten kommt dann, also den ersten sagt man halt so, noch ein bisschen aus Befirmlichkeit ab. Ja, ach, ich weiß jetzt noch nicht, kann ich noch später machen. Kommt ja nochmal wieder. Ja, aber dann kommt der zweite Termin und der liegt dann genau an dem Geburtstag von eurer Oma. Ja, also dann könnt ihr da wieder nicht teilnehmen. Dann gibt es vielleicht noch einen dritten Termin und da habt ihr gerade Urlaub. Also deswegen, nehmt den Termin jetzt, sichert euch jetzt den Platz. Und Oliver, vielen, vielen Dank, dass du dieses wunderbare Angebot hier hast. Und ja, ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit und wünsche dir jetzt auch für diesen Workshop ganz viel Erfolg. Ich bin sicher, die Teilnehmer sehr, sehr gut davon profitieren werden. Möchtest du am Schluss noch etwas sagen? Ja, jetzt hält mein Bild an. Das ist interessant. Das ist übrigens dann immer, wenn die Energie sehr hoch geht. Gerade wenn ich dann so richtig loslege, dann hält die Energie an und dann entsteht, geht ein Standbild. Also hält richtig mein Guter, fährt kurz runter. Ganz interessant, ihr werdet gleich sehen, dass es gleich weitergeht. Und dann gebe ich, ja Oliver, das war bei mir hier gerade. Ich habe, bist du noch da? Ja. Ja, genau. Ich hatte kurz eine Internet-Break. Und immer dann, wenn ich mit der Energie so hochgehe, dann macht der Guter einmal klack. Das ist total krass, weil der sitzt hier fast unter mir. Und ich wollte noch sagen, Oliver, ich habe jetzt mal die Leute gesagt, sie sollen jetzt bitte im Hier und Jetzt handeln und nicht alles auf die lange Bank schieben. Und zuletzt wollte ich noch fragen, möchtest du den Zuschauern noch etwas sagen? Ja, Positionierung ist so wichtig, ja. Und viele, die kommen einfach nicht von Fleckweise in der Positionierung, hängen bleiben und immer wieder gucken, wie kann ich es noch anders machen. Und da wird euch dieser Workshop wirklich unheimlich helfen, um weiterzukommen. Okay, klasse, lieber Oliver. Dann wünsche ich noch heute einen schönen Tag und bis bald in diesem Netzwerk. Tschüss. Ja, danke, Christian. dann.